hi und herzlich willkommen ist der geeky mein name ist dennis matthias und heute habe ich etwas zauberhaftes mitgemacht nämlich after mess after mess ist der nachfolger von maus mystik einem sehr erzählerischen märchenhaften spiel ist von playtime games ein spiel für zwei bis vier spieler mit einer angegebenen altersangabe von 14 jahren oder rüber sollte man aber nichts umgeben das ist primär höchstwahrscheinlich um die spielzeugbestimmung etc zu umgehen das ist definitiv für jüngere spieler geeignet und eigentlich auch empfehlenswert eben weil es halt auch so märchenhaft und kindgerecht beschrieben ist spieldauer angegeben ist 60 bis 120 minuten und in after mess spielen wir wie angegeben nach dem untergang ist es praktisch an eine dystopische sci-fi variante von maus und mystik klingt sehr düster ist aber ähnlich märchenhaft gemacht die menschheit ist ausgestorben und jetzt wo die tiere sich nicht mehr unter der unterdrückung der menschen aufhalten müssen können sie sich frei entfalten und ihre persönlichkeit entwickeln entwickeln ihre fähigkeiten auch weiter lustig ist nur dass sie sich dann ausgerechnet auch anthropomorph entwickeln also genauso wie die menschen auch menschenähnlicher werden ja sie entwickeln dann ihre eigenen kolonien umhalt in dieser nun mensch menschenfreien welt zu überleben sich gegen raubtiere etc zu verteidigen und ja diese kolonien schicken versorger nach draußen um halt vorräte zu sammeln und genauer diese versorger verkörpern wie in dieser spielgruppe es gibt vier verschiedene charaktere die wir spielen können ein mäuserisch scharf schützen eine mausheilerin ein hamster tüftler und ein meerschweinchen amazone dann würde ich sagen begeben wir uns doch einmal in die welt der mäuse und hamster und schauen uns after mess einmal an willkommen bei after mess wie gesagt ist after mess ein sehr erzählerisches kampagnen spiel deswegen werden wir sehr viel zeit mit diesem abenteuer buch hier verbringen wir schlagen das auf und wir haben hier auch schon eine einführende geschichte die sagt uns dann auch wie wir hier unsere kampagnen tafel einstellen müssen wir haben unsere zeit auf null null hinweise bauteile moral und nahrung stehen auf fünf und wir haben eine population von acht das wird sich im laufe des spiels durchaus verändern unsere gruppe steht jetzt besteht jetzt derzeit aus whisper das ist eine mausheilerin und ringo einem hamster tüftler wir befinden uns hier auf dieser übersichtskarte bei der abigail lane und haben jetzt unsere erste mission erhalten das ist diese hier der tempel von enyo pet schlägt eine foto auf messias schulter ich kann nicht fassen dass mein sohn schon alt genug ist um nach enyo zu reisen nach vorräten zu suchen er schüttelt den kopf hör zu sei da draußen vorsichtig beim stehst wachsam und werde nicht übermütig deine mutter wird krank sein versorge selbst wenn grummel zum schutz an deiner seite ist grummel ist diese meerschweinchen amazone die ich erwähnt hatte ich werde schon klarkommen stehen mit sie ja das wirst du stimmt patch zu ihr müsst euch nur gegenseitig vertrauen und zusammenhalten unser missionsziel ist es den weg in den tempel von enyo zu finden und dort eine tüte zwiebelringe zu beschaffen und enyo befindet sich bei c1 und wir haben fünf zeitfelder zeit um diese mission zu erfüllen bei erfolg lesen wir diesen teil in dem abenteuerbuch vor beim misserfolg diesen hier das heißt wir müssen uns hier nach enyo bewegen wegen also unseren truppenmarker hier auf die street und blättern das ganze einmal um zur seite fünf und wir haben hier dann schon unsere mission wir haben hier direkt dann auch das spielbrett für enyo und wir haben hier die einleitende geschichte den aufbau und so weiter und so fort als allererstes müssen wir hier unseren zeitmarker ein schritt vorstellen weil wir eben halt eine zeit gebraucht haben um die street aufzusuchen als nächstes nehmen wir unsere charakter miniatur und stellen sie hier auf dieses startfeld sehen wir uns einmal die karte hier in diesem buch an so sehen wir dass wir durch gestrichelte linien haben und durchgezogenen linien die durchgestrichenen linien sagen dass wir im prinzip nur ein bewegungspunkt brauchen um von feld zu feld zu gehen bei den durchgezogenen linien müssen wir bestimmte voraussetzungen erfüllen damit wir hier schnell darüber kommen ansonsten kosten uns diese drei bewegungspunkte dann haben wir hier noch felder mit diesen augen symbolen diese müssten lösen dann praktisch texte in diesem abenteuerbuch aus wenn wir hier dieses feld betreten müssten wir das feld mit dem auge eins lesen hier würden gegner erscheinen das ist ein feld wo wir uns verbergen können und auf alle felder hier mit diesen lupen legen wir jetzt hier marker hin die können wir durchsuchen und hier sachen für unser lager finden das spiel kommt mit diesem kartendeck hier was wirklich schön gemacht ist das hat hier diesen diesen used look also das sieht schon so ziemlich abgeranzt aus wenn ich wirklich schön gemacht auch die illustrationen sind toll wir haben hier die verschiedenen maus illustrationen drauf wirklich schön gemacht damit können unsere aktion ausführen wir müssen dass sie einmal durch ein charakter bekommt zu beginn seiner partie bekommt er fünf aktionskarten und aus denen kann er dann auswählen was er denn tun möchte also wir können in unserer runde uns bewegen wir können kommunizieren uns erholen stöbern eine fähigkeit aktivieren ausrüstung tauschen oder anlegen ein nahkampf angriff ausführen oder ein fernkampf angriff ausführen nehmen wir mal die einfachste aktion von allen wir möchten uns bewegen wenn wir können eine beliebige karte ablegen und im prinzip zählt nur dieser wert hier so viele bewegungspunkte haben wir könnten uns jetzt hier also zwei felder bewegen wie wir aber eben gesehen haben wir haben hier eine durchgezogene grüne linie bräuchten also mindestens eine bewegung von drei allerdings wenn wir für diese bewegung die karte mit der passenden farbe ausspielen also jetzt in diesem fall grün bräuchten wir nur einen bewegungspunkt um diese linie überschreiten zu dürfen zudem hat whisper mit dem s-stäbchen die fähigkeit dass sie felder mit durchgezogenen grünen linien wie freie felder behandelt sie dachte also einfach so durchziehen gehen jetzt aber einmal davon aus wir würden in dieser runde ringo spielen man darf mit seinen karten so viele aktionen ausspielen wie man denn möchte dann können wir als allererstes zum beispiel mit der grünen karte eine bewegung ausführen und würden uns hier auf dieses feld bewegen und könnten mit dieser karte dann noch eine bewegung ausführen um in das benachbarte feld zu gehen möchten wir eine probe ablegen so müssen wir mindestens eine karte der entsprechenden passenden fähigkeit ausspielen wenn wir jetzt zum beispiel stöbern möchten das können wir tun um diese marke hier aufzudecken und für uns zu gewinnen so brauchen wir die glühbirne wir würden also diese karte hier spielen hätten damit schon einen wert von drei ringo hat ohnehin auch schon ein intelligenz wert von plus zwei damit haben wir also schon mal eine fünf wir müssen den zielwert von zwei erreichen dann gibt es zwei verschiedene arten von proben es gibt eine normale probe dafür müssten wir diesen würfel hier würfeln es gibt auch heikle proben das passiert wenn die situation gefährlich wird wenn also gegner jetzt mit auf dem feld wären da müssen wir zusätzlich auch diesen schwarzen modifikationswürfel würfel wir haben jetzt sicher würfel also noch diesen würfel haben minus zwei erreichen aber insgesamt eine drei haben damit den zielwert erreicht können jetzt hier dieses plättchen aufdecken damit gewinnen wir für uns eine batterie diese batterien können später im laufe des spiels benutzt werden um bestimmte gegenstände aufzuladen bringt uns derzeit nichts bekommt ringo schauen wir einfach mal was uns die anderen marken noch so bringen würden hier würden wir jetzt beispielsweise zwei käse erhalten wir würden entsprechend die nahrung weiter weiter drehen damit bekommen wir zwei bauteile und hiermit würden ebenfalls zwei nahrung bekommen prinzip sind die nicht sonderlich abwechslungsreich am anfang diese plättchen wir würden hier nur weitere ressourcen für uns bekommen geben jetzt einmal davon aus ringos runde wäre jetzt vorbei und whisper würde ziehen und würde diese karten hier ziehen dann sehen wir dass es auch diese schwarzen bedrohungskarten gibt wenn wir so eine karte ziehen müssen wir die hier an dieses feld anlegen sondern von oben nach unten das heißt hier oben würde diese karte hinkommen sieht man jetzt leider schlecht ich lege es mal in die nächste nächste reihe und sobald hier vier karten liegen muss dieser schritt hier ausgeführt werden in dem abenteuer buch in diesem fall würde die zeit 1 weiter gedreht werden und wenn sich gegner im spiel befinden wird die situation gefährlich und die gegner würden ein angriff durchführen ansonsten noch in dem kartendeck von whisper sehen also die von den karten gezogenen karten das ist diese hier das im prinzip eine joker karte die kann ich für jedes symbol einsetzen egal welche aktion ich auch ausführen möchte im prinzip funktionieren die alle nach diesem gleichen prinzip wie diese stöber aktion die man es gerade auch angeschaut haben möchte ich angreifen mache ich genau so eine aktion nur dass ich hierfür den stärke wert benötige und mein ziel wert ist der verteidigungs wert des gegners schauen wir uns einfach mal beispielhaft einen gegner an so nehmen wir hier zum beispiel den skorpion und würden den dann hier oben anlegen so dass wir die bedrohungskarte noch sehen können wird der gegner aktiviert so sagt uns diese bedrohungskarte welche aktion von dem skorpion denn ausgeführt wird in diesem fall wäre das hier diese obere aktion er würde sich also um drei schritte bewegen hätte eine reichweite von 0 muss ich also in dem feld bewegen von von einer maus und das wäre der ziel wert den ich erreichen muss um mich denn zu verteidigen das hier ist der verteidigungs wert des skorpions wenn ich meine angriffsprobe macht muss ich also eine 4 erreichen oder überschreiten würde uns der skorpion angreifen so würde er sich zuerst bewegen auf den nächsten gegner hinzu erreicht er das feld greift er uns an ich kann mich mit jedem beliebigen attributswert verteidigen sei es intelligenz oder auch angriff oder halt der schild wert das ist vollkommen egal und ich muss damit einfach nur ein ziel wert von fünf erreichen dann verteidige ich mich ansonsten erleide ich den schaden der skorpion hat zwei lebenspunkte jeder angriff der ausgeführt wird wenn er trifft verursacht einen schaden das heißt der skorpion müsste zweimal getroffen werden um aus dem spiel genommen zu werden ansonsten gibt es noch die aktion kommunizieren befindet sich ein gegner auf dem feld und es ist noch sicher habe ich die möglichkeit diesen charakter diesen gegner zu überreden ein bisschen zu belabern das heißt ich gehe hier in dieses feld muss eine probe ablegen heikel dieses mal ich muss also diesen würfel mit dazu würfeln auf intelligenz schaffe ich die probe so wird meine population um eins erhöht ich gewinne diesen gegner also praktisch für mein lager und er wird aus dem spiel entfernt damit ich das tun kann brauchst du einen charakter allerdings ein kommunikationswert das hat dieser skorpion jetzt hier nicht schauen wir uns noch mal einen anderen charakter an einen anderen gegner hier beispielsweise die duck maus die hat jetzt beispielsweise ein kommunikationswert wenn ich diesen wert erreiche würde ich diese maus von unserer mission überzeugen und sie wird sich unserem lager anschließen ich kann mich erholen dafür kann ich einfach eine zustandskarte abwerfen und muss hier dann die den probewert erreichen der auf der zustandskarte angegeben ist stöbern haben wir uns gerade schon angeschaut ich kann ausrüstung anlegen oder auch tauschen ich habe praktisch zwei hände zur verfügung einen kopf ein körper und zubehör und ich kann zwei gegenstände auch in meinen rucksack packen den nahkampf und den fernkampf haben wir gerade im prinzip auch schon besprochen und das sind eigentlich auch im prinzip schon alle fähigkeiten die ihre alle aktionen die ich dann auch ausführen kann das kann auch modifiziert werden durch gegenständig habe hier zusätzliche aktion die mir mein charakter noch gibt oder aber auch die charakter karte an sich möchte ich jetzt hier diese karte verlassen müsste ich dieses feld betreten und kann dann mich dazu entscheiden die diese mission zu verlassen und wenn alle charaktere das szenario verlassen haben würden wir hier diesen punkt vorlesen und wir würden hier mit seite 6 in dem abenteuerbuch weitermachen das spiel kommt mit unterschiedlichen boxen wir haben jetzt hier dann auch noch die beiden anderen charaktere mit sie ja und grummel dann haben wir hier noch eine box für unser lager die anfangs leer ist da kommen später dann noch karten hinzu die wir erwerben das hier ist eine abenteuer box die hält im prinzip alle geheim karten die miss die das abenteuer buch wird uns von zeit zu zeit anweisen eine bestimmte karte herauszunehmen und beispielsweise den begegnungs deck hinzuzufügen und so weiter und so fort und dann gibt es hier noch eine box für verbannte karten die ausgeschlossen werden auf grundlage von entscheidungen die wir treffen und so weiter und so fort dann wie gesagt kommt das spiel hier mit zahlreichen miniaturen die sind auch direkt schon mit einem russ bearbeitet wodurch diese figuren auch schon so eine art schattierung haben ein bisschen plastischer wirken das ist sehr hübsch gemacht dann können wir ziehen auch schon so etwas dickere gegner erwarten und nicht zuletzt smoky also wirklich sehr sehr eindrucksvoll gemacht das ist eine katze die wir das wird auch direkt eingangs im ersten text schon erläutert auch aus der tierhandlung befreit haben die war mit uns zusammen eingesperrt tja und so dankt sie es uns jetzt das als grobe regel übersicht von after mess allzu viel können und wollen wir hier gar nicht verraten da wir ansonsten die gefahr begehen würden hier zu spoilern der rest ergibt sich dann halt aus dem weiteren verlauf der kampagne wir können wie gesagt auch entscheidungen treffen was wir hier schon sehen es gibt dann auch noch verschiedene punkte in dem regelbuch die wir erst lesen dürfen wenn bestimmte ereignisse eintreten wenn wir entscheidungen treffen und so weiter und sofort wie gesagt diese punkte dürfen wir nur vorlesen wenn wir die entsprechenden felder auch betreten das heißt hier kann man etwas im verlaufe so eines szenarios auch durchaus entdecken und ja gegebenenfalls auch auslassen abhängig davon wie lange wir dann jetzt letztendlich brauchen um nach enju zu gelangen und hier unser mission zu erreichen müssen wir schauen und von erfolgreich sind wo unsere mission fehlschlägt und was dann passiert das erzählt uns ebenfalls das abenteuerbuch schauen wir uns noch einmal das regelwerk von after mess an das ist leider sehr sehr unübersichtlich aufgebaut einfach aus dem grund wir haben hier am anfang schon punkte erwähnt die ersten späteren verlauf erläutert werden also hier beispielsweise haben wir den punkt katastrophe abhandeln oder hier mit diesem feld bedrohung prüfen wenn die bedrohungs leiste viel mehr bedrohungskarten anliegen hat wird das hier ausgelöst das wird aber im prinzip erst hier hinten erläutert hier das heißt an der stelle wird man schon im dunkeln gelassen ähnliches hier stelle zum stöbern die charaktere können eine stöbern aktion ausführen das ist dann auch erst hier hinten erläutert ja und letztendlich haben wir dann zum beispiel auch noch punkte wenn jetzt zum beispiel ein charakter ausgeschaltet wird hier besiegte charaktere dann steht hier er hält den zustand schwer verletzt in diesem regelwerk wird aber auch nirgendwo erwähnt was passiert wenn er denn schwer verletzt ist das steht dann nur auf der zustandskarte die man erst einmal raussuchen muss also hier sucht man sich im prinzip die regeln ein wenig zusammen auch bleiben einige sachen unerklärt beispielsweise können die charaktere nachher so individuelle aktionskarten dazu gewinnen diese kann man dann spielen die werden ebenfalls abgelegt allerdings wird auch nicht erläutert ob die dann einfach in dem allgemeinen aktions deck verbleiben ob man die dann wieder zurück auf die hand nimmt das nur ein beispiel von so regeln die im prinzip offen gelassen werden hier bleibt dann nichts anderes übrig als irgendwelche hausregeln zu finden oder einigungen darüber zu finden wie man denn damit verfahren möchte das auch nur ein beispiel für solche regel lücken für solche regel probleme die werden immer wieder insbesondere im weiteren verlauf der kampagne auftauchen also hier sieht man sich leider immer dieser herausforderung gestellt dass man a sehr viel im regelwerk suchen muss und b hier auch die antworten stellenweise nicht findet willkommen zurück aus der welt der mäuse und hamster das ist ein sehr erzählerisches spiel was ich im prinzip so ein interaktives märchenbuch spielt wenn man das unter diesem aspekt auf den tisch bringen ist auch wirklich ein sehr schönes spiel was in eine eigene kleine welt entführt und das eine oder andere lächeln aufs gesicht zaubert ein kleines erzählerisches problem hat after mess das hatte aber auch maus und mystik schon dass charaktere in den erzählungen auftauchen jetzt nicht aktiv an der gruppe teilnehmen seine kleinigkeit man kann da vielleicht einfach sagen sind zwar mit auf reise gekommen halten sich irgendwie im hintergrund wie auch immer hat mich persönlich mal ein bisschen gestört ist bei after mess auch der fall ansonsten ist after mess noch wesentlich interaktiver als maus und mystik einfach aufgrund dieser kampagnen elemente diese leichten legacy elemente das karten aus hinzugefügt werden den eigenen decks oder auch karten verband werden je nachdem welche entscheidungen ich treffe so dass ich hier das spiel dann anders entwickelt auch in abhängigkeit von der entscheidung die ich bei den einzelnen szenarien denn treffe da gab es auch ein sehr sehr schönes beispiel das ist jetzt vielleicht ein minimaler spoiler wer das nicht hören möchte der mark an dieser stelle vielleicht so 30 sekunden vor spüren das sollte ausreichen da haben wir eine zufallsbegegnung wo wir eine taube getroffen haben die nöten war man hatte hier die wahl dieser taube jetzt zu helfen oder eben nicht da stellt sich schon die frage warum jetzt eben diese taube nicht helfen die haben das getan haben dadurch den zeitmarker einfällt weiter drehen müssen wir haben wie sich dann letztendlich herausgestellt hat hat das nachher dazu geführt dass wir unsere hauptquest nicht geschafft haben wegen dieser ein begegnung also hier diese zufallsbegegnungen können definitiv auch immensen einfluss haben sollte man sich also genauestens überlegen ob man das tun möchte und wie man da reagiert also die haben auf den ersten blick minimale auswirkungen die aber doch schon gravierende folgen haben können das ist also sehr sehr schön gemacht ja sehr schön ist auch dass das szenario buch im prinzip die unterschiedlichsten bretter mitbringt also durch die seiten die hier eben die spielfläche dann auch darstellen das ist wirklich schön gemacht die produktionsqualität dieses szenario buchs ist ohnehin grandios wenn wir jetzt sowieso auf die produktionsqualität zu sprechen kommen die ist wirklich top notch also sowohl die qualität der miniaturen sehr schön ist auch dass diese miniaturen hier nochmal mit einem wash bearbeitet wurden also im prinzip zur schattierung schon haben dass sie schon wesentlich plastischer wirken ist ein minimaler effekt der aber eigentlich wenn man jetzt hier mit unbemalten figuren spielt schon guten einfluss hat auf dem spiel tisch das macht sich wirklich gut die marken sind gut diese fall boxen sind von guter qualität also produktionsqualität hier wirklich grandios sehr schön fand ich auch die spielkarten die mit aufgenommen wurden die ich benötige für meine aktion sind die optisch sehr schön gemacht wie finde ich die kombination schön dass ich mit festen werten arbeiten mit den karten die ich hier einsetze und das kombiniert dann eben halt auch noch mit dem quäntchen glück mit den würfelwürfen so dass ich hier im prinzip glück kombinieren mit einem mit einem ressourcenmanagement also den mechanismus fand ich wirklich sehr sehr schön gemacht ja dann das große problem was wir mit aftermess haben das ist das regelbuch das problem hatten wir im prinzip auch schon bei mouse und mystic das regelbuch ist wirklich sehr schlecht aufgebaut dass der einstieg unheimlich schwer ist viele sachen werden im regelbuch auch gar nicht erläutert beispielsweise die verschiedenen zustände die ein charakter haben kann die werden im regelbuch zwar erwähnt aber was sie jetzt für spielerischen einfluss haben das steht dann nicht das sieht man dann erst anhand der karten also hier muss man selbst auch recherche betreiben und das ganze spielmaterial durchforsten bevor man hier überhaupt schlauer wird dann sind mehrere sachen auch nicht wirklich erklärt oder erläutert beispielsweise mit den persönlichen aktionskarten die später hinzukommen was passiert mit denen wenn die gespielt wurden bleiben die im deck nimmt man die wieder zurück das ist nicht erläutert da gibt es mehrere sachen in dem spiel die nicht klar sind und ja hier bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig als hausregeln zu entwerfen oder halt einigung zu finden im spiel wie man das ganze dann jetzt ausführen möchte da gab es dann schon in unseren test spielen auch mehrere diskussionen die ja aufgrund von so regelunklarheiten entstanden sind ja hier besteht auch die gefahr dass man gerade am anfang sachen falsch spielt einfach weil sie in den regeln nur versteckt erwähnt sind oder nicht wirklich explizit nach ein paar spielen bekommt man das raus dann merkt man auch schon was man da gegebenenfalls den fehler begangen hat aber wie gesagt das macht die ersten spiele sehr kompliziert weil man eben halt auch immer wieder in den regeln nachschauen muss und wird hier oft auch nicht fündig dann sind ja auch von der kampagne ein paar sachen nicht wirklich erläutert gerade am anfang zum beispiel man wird praktisch als versorger rausgeschickt man kann mit diesen stöber aktionen die marker umdrehen und bekommt ressourcen für die eigene für das eigene lager aber im prinzip weiß man erstmal überhaupt nicht was ein das bringt und da kann man natürlich dann taktisch sehr schlecht einschätzen ist es jetzt wert dass ich es gegebenenfalls riskiere so ein marker noch mitzunehmen oder eben nicht weil man einfach nicht weiß wofür brauche ich die nahrung oder die moral und so weiter und so fort da kann man einfach jetzt an der stelle dann nur spekulieren ja was man ansonsten noch sagen kann das spiel ist spielerisch schon recht repetitiv also die sachen wiederholen sich sehr stark das ist sowieso von sowohl von szenario zu szenario als auch von den regeln her also im prinzip egal ob ich jetzt stöbere ob ich angreife ob ich mich verteidige und so weiter und so fort es sind auch immer wieder die gleichen proben und die gleichen jahre ressourcen die hierfür benötigt also ich muss meine karten spielen dann muss ich die würfel würfeln und das wiederholt sich eigentlich ständig im spiel also von vom spielmechanismus her ist es eher eintönig und nicht so sonderlich abwechslungsreich wobei hier von den szenarien her da auch schon einige frischer wind mit ins spiel aufgenommen wurde da sind ein paar sehr schöne sachen dabei was auch damals wirklich primär ausgemacht und das habe ich eingangs auch schon gesagt das ist wirklich der erzählerische aspekt also wenn man achtet mess ähnlich wie maus und mystik auf den tisch bringt dann ist es wirklich wie eine interaktive erzählung wo ich einfluss nehmen kann man hat hier noch mehrere freiräume dass ich dann mich entscheiden kann wie sich diese diese erzählung auch entwickelt rein spielerisch gesehen hat after mess seine schwächen das war bei maus und mystik allerdings auch schon der fall deswegen wer maus und mystik mochte der wird auch after mess mögen also es ist wirklich ein sehr guter und würdiger nachfolger der eben halt seine schwächen hat also ich sag jetzt mal sehr erfahrene spieler werden hier gegebenenfalls dann auch ihre kritikpunkte finden es ist im prinzip ein leichter einstieg in so einen dungeon crawler insbesondere auch sehr kindgerecht und sehr gut auch geeignet für gelegenheits spieler oder casual spieler man muss sich eben halt nur darauf einstellen dass man hier auf die ein oder andere regelfrage stoßen wird von daher von unserer seite sechs von zehn punkten für after mess ich danke dir fürs zusehen ich hoffe die hat die spielerrezension gefallen wenn ja das gerne ein like da kann es gerne auch unseren youtube kanal abonnieren verpasst du keine weiteren spielerrezensionen und auf unserer website erwarten dich auch einige regel erläuterungen falls jetzt hier begriffe gefallen sind die jetzt nichts gesagt haben ansonsten kontaktieren uns gerne wir hätten auch gerne weiter sage ich bis zum nächsten mal bis dahin danke stay geeky ciao